Hallihallo und herzlich Willkommen zum dritten Tag von IGL2GO hier in Lido Dieselo. Mein Name ist IGL26 und ich habe heute Morgen ganz das Intro vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Ich musste es jetzt nachholen, dafür weiß ich schon, was wir gemacht haben. Ich habe, was ich auch schon weiß, ich habe nicht viele Fotos und Videos gemacht. Ihr werdet es wieder sehen im Zusammenschnitt. Wir waren auf dem Markt und die Stadt ein bisschen begutachten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Zusammenschnitt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat der Zusammenschnitt vom dritten Tag gefallen. Mir macht es nach wie vor wirklich viel Spaß, diese Videos für euch zusammenzustellen. Auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt jetzt schon weiß, dass ich die Videos erst eine Woche später hochladen kann. Aber das ist immer wohl das geringste Problem. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer IGL26. Ciao, ciao.